Hallo Leute, der Hong hier. Ihr habt es gesehen, gerade nach Hause gekommen, alles geladen. Wir gehen gleich los. Ich treffe mich mit den Jungs. Heute fängt diese Halloween-Aktion an. Schauen wir mal, ob wir alle Tage Pokémon spielen werden oder können. Ich hoffe es. Und ich hoffe auch, dass wir alles filmen können für euch. Mal schauen, was wir so machen werden. Wir werden uns heute, später beim Bordeaux-Platz treffen und dann checken wir die Lage, planen, was wir die nächsten paar Tage so machen. Und dann schauen wir mal. Bleibt uns auf jeden Fall gespannt. Oh mein Gott, Mann. Hier ist... Was geht ab, Mann? Alles ist am Start. Was geht ab, Mann? Der Baris fehlt noch. Alles ist am Start. Alles ist am Start. Alles ist am Start. Oh mein Gott, wie geht's wohl ab, Mann, Leute? Oh mein Gott, das ist zu heftig, Mann. Ich muss nur noch eine Weih ausschlüpfen, Mann. Das ist das Beste eigentlich. Ich glaube, ich muss den Tati machen und auch einmal wieder investieren, Mann. Oh mein Gott, Mann, dann habe ich schon 30 Euro investiert. Ja komm, dann gehen wir die Runde durch, oder? Gell, wieso bleiben alle stehen? Aber echt, Alter. Aber wie ich sehe, spawnen ja trotzdem nur die ganzen... Tragosse und so. Ja, so Dinger, das ist ja scheiße. Was, Tragosse? Ich will der Beste sein, will ganz alleine sein. Der, der den Tisch versteht. Ach, hör nicht auf, was auch passiert. Ich werde Meister. Ich habe alles, was man braucht. Und gebe niemals auf. Fang 150 Pokémon ab. Du lernst ihn nur dazu. Komm, schnapp sie alle. Wie wird man Meister? Schau mal. Ja, aber was wollen sie großartig anders machen? Ja, Weihnachten, du weißt. Vielleicht EPs anders? Oder Sternstaub auf einmal so doppelt. Also ich glaube, Bonbons oder Sternstaub werden sie schon beibehalten, dass du doppelt kriegst bei mir. Sternstaub wäre auch. Sternstaub wäre ein Zapp. Sternstaub wäre ein Zapp. Sternstaub wäre ein Zapp. Richtig zapp. Alter, das ist schon geiler Hintergrund. War das Gang da? Hast du es nicht gesehen, wenn du die Appbaum machst? Hast du es nicht gesehen? Das ist bei mir gar nicht. Das ist ganz neu, Mann. Er hat doch noch nicht das Update gemacht. Er hat immer noch nur grüne Eier. Echt jetzt? Es gibt schon verschiedene Eierfarben, Mann. Lila hast du zehn Kilometer. Aber du kriegst schon doppelt für die Pokémon. Ja, ja. Das krieg ich schon. Ja, das ist was anderes. Oh mein Gott. Doch, ich musste heute nochmal für das Update aktualisieren. Weißt du, was nicht geht? Go Plus geht nicht, gell? Oh yes, Babies. Aber kein Gutes. Muss wieder weitergehen, so wie immer. Ist die da? Ja. Wo? Wo? Oh mein Gott. Alter. Ja, genau. Dem ist die krasseste Angriffseite. Ich bin ja gerade auf dem Platz, aber die Jungs sind nicht begeistert. Echt? Tod, Mann. Wir überlegen schon die ganze Zeit, wo wir sonst noch hingehen können. Es kamen ein paar nicht so tolle Vorschläge von Dimi. Oh mein Gott, jetzt hättest du mich, Mann. Du bist immer gehetet. Du kannst doch, aber scanne doch mal in ganz München, wo es so... Ey, Knochenknocker. Hab mich doch geguckt. Dann schau doch mit dir zusammen. Nein, ich meine, ist jetzt nur Hofgarten gut, oder? So, Drattini ist... Oh mein Gott, das ist ein Drattini. Ja, am Marienplatz. Ne, am Isertor. Auf geht's. Vier Minuten schaffen wir das. Ich mach einen auf so einen Gucco, Alter. Du musst erstmal einen dort kennen. Ja, dann musst du jemanden haben, der dort ist, den du kennst. Ja. Kein Problem, Mann. Ich weiß nicht, wie die Attacke funktioniert. Ich spiel... Es ist eine Attacke, Alter. Es ist eine Technik. Ja, es ist eine Technik. Ja, aber keine Attacke. Ja, was machen wir jetzt, Jungs? Tati hätte nicht jetzt beide Unrecht, Alter, aber... Die Jungs, überlegen noch. Währenddessen fahr mich weiter, weil ich krass sein will. Im Gegensatz zu denen hier, die echt abgestürzt sind. Äh, warte, tu mich mal nicht ins Bild, Alter. Natürlich. Ich meine auch nur die drei. Was? So, Leute, wir haben uns jetzt entschieden. Alex, auf die Map geschaut. Hofgarten scheint recht interessant zu sein. Besser als Bordeaux. Was gibt's da so? Ja, so Wasser-Pokémon halt. Ammonitas. Ja, Mann, Ammonitas ist echt interessant. Äh, Quapsel, Stern, du Goldini. Besser als Nebulak, Mann. Nebulak, Morzi, Tromato. Oh mein Gott, ich hab heute einen Tromato geschlüpft. Ernst traurig. Wie tat das Weser, Elli? Ist es das? Sind wir jetzt da? Ja, das ist der Hofgarten. Das ist der Hofgarten. Wir sind jetzt am Hofgarten. Und da hinten gibt's noch einen Park, oder? Ja, auch ein Endschool, Mann. Echt? Was gibt's dort? Ja, hier spawnen, also auch viele Wasser-Pokémon. Dratinis spawnen hier. Ja, ich würd sagen, wir laufen mal da weiter, dann kommt Trapadoch. Und jetzt schauen wir mal. Mein Charakter ist bereits im Hofgarten. Also, er sprint wieder rum, oder? Es geht schon ab. Aber da sieht man auch wieder an die Lokmodulen. Man kann auch hier mit Lokmodulen arbeiten. Da sind auch wieder drei, vier Spots zusammen. Also, wenn ihr in München seid, und Bordeauxplatz tot ist, dann kommt ihr hierher und macht zwei Lokmodulen an. Sagt uns Bescheid. Also, ich war hier immer, bevor ich klasse war, bevor ich Bordeauxplatz kannte. Von der Uni aus hab ich immer hier dauernd Modulen gesehen. Dann bin ich mal hierher gegangen. Echt? War hier, oder? Ab und zu her. Da war ich noch nicht so klasse, da kannte ich Bordeauxplatz noch nicht. Du bist immer noch nicht krass, aber okay. Krasser als du. Oh mein Gott, was hetztest du mich jetzt von der Kamera? Da hinten ist noch Fleckmann und Anton. Darauf geht's. Schau mal dahin. Machen wir halt eine Runde einfach. Schau mal, wo Ding ist. Wo Barisch ist. Wasilie. Kommt wahrscheinlich auch gleich. Oh mein Gott, was geht hier ab, Mann? Was, was? Schau mal auf mein Ding. Okay, was geht da ab, Mann? Das sind so neun Pokémon. Das ist da vorne. Ja. Okay, aufgeklumpft, Alter. Schau. Viel besser als Ding, Mann. Produktplatz. So ein Hauscharakter, weißt du immer, wo es abgeht, Mann? Ja, Hauscharakter. Richtig verrückt, Alter. Das ist meine Geheimwaffe gegen Esper Tops. Oh mein Gott. Die offizielle Challenge, Mann. Das ist der Bullut. Bullut macht ihr Handy an, schnell, Leute. Ja, neun Pokémon. Neun. Neun. Neu. 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 3-0 auf 6. Auto. Hast du Internet an? Nein, noch nicht. Oh mein Gott, mach doch schnell. 835, Mann. Gott, der wird entfällt. 1-6. Aber der hat schlechte AVs. Ist egal. Die fänden nicht mehr Lamos entfällt. Nein, nicht schlecht. Was? Wo ist der russer Kammerdorf? Bist du weiter oben links? Top 5, der beste Verteidiger. Oh mein Gott, Tati. Bist du weiter links, da sind noch welche. Und Cops ist auch noch. Krieg's gleich, Mann. Heul nicht rum. Alter, mach doch schnell an. Nein. Wo ist Internet? Tut das weg, Max. Wo ist Internet? Mit wem bist du? Was tust du dafür? Gib mir mal Internet, Alex. Noch 2 Wochen. Alex, gib mir mal Internet. Was tust du dafür alles? Nichts. Gib mir mal Internet. Ah, du hast 10 Gigabyte, Mann. Du hast 10 Gig... Ich hab nur noch einen. Ja, also... Brauchst du nicht so viel. Ja, du... was? Und du? Ich brauche 1. Wofür? Wir sind hier im Huffgarten. Die Stimmung steigt. Die Jungs freuen sich. Wodumpfler hat zwar tot. Alle haben gelitten. Wir sind gleich gekommen. Direkt 9 Pokémon. Gleichzeitig gespawnt. Das hört gar nicht auf. Also... Ihr seht, es geht echt ab. Okay, jeder Mensch kriegt sich über die Tragossos auf. Farisch will Tragossos Nest gehen. Ja. Für die Medaillen 300 Stück, Max. Ja, und? Wurden Pokémon richtig selten. Ja, die kriegst du auch hier. Ja, aber was kriegst du dann? Die Medaillen. Die Medaillen. Schau mal an, Leute. Der Sammler, Mann. Dragoz und es, Mann. Dragoz und es. Dragoz und es. Du, ich mach Machoma, ich geh wieder. Hier ist? Ja, ich mach Machoma, ich geh wieder. Achso. Die kann man nicht so drauf. Die kann man nicht so drauf. Mach mal Tschau. Und da Amonitas ist irgendwo, schau mal. Nein, wir gehen da echt nicht mit. Okay, Amonitas will ich auch noch. Amonitas, super saftig. Ist bei dir schon gekommen? Ja, wir gehen schon in die richtige Richtung. Acht Bonbons, echt super saftig. Ich bin zufrieden. Acht Bonbons, viel zu heftig, Mann. Ich hab grad Glomander geschlüpft, saftige 21 Bonbons. Ich glaub, weil Tati in meiner Nähe war, hab ich gut gezogen. Und sonst kommt nur Müll, aber dank Tati, mit seinem Glück. Ich hab heute in mir auch schon einen Glomander geknickt aus den 2km. Tati echt zu kurz. Vasily hat ein paar Eier. Ja bitte, kann man weglassen. Warte, Mann. Ah nein, noch 200 Meter. Oh mein Gott. Wieder einmal Fehlinformationen von Vasily. Aber echt nicht die Erste? Nicht die Erste auf diesem Kanal. Er dachte wohl, er schlüpft. Er dachte wohl, er schlüpft tot. Aber, hey, heute ist sogar Mittwoch. Magisch, 84. Entwickelt ein Pipi. 666. Echt vielleicht das Timing von ihm? Es wird 1,4. 1,4 irgendwas. Ich wollte selber 1,4 irgendwas. 1,4 irgendwas. 1,4 irgendwas. 1,417. So wie meins. Ich hatte das Gleiche, mit gleichen Werten. Neuer Eintrag. 1,417. Oh, 1,341. Pfund und Zauberschein. Für dich ist gar nicht so schlecht. 3x Pfund. Während Bagisch sein Pipi entwickelt hat, ist mein Charakter wieder weitergelaufen. Direkt zum Ammonitas. Also, die Jungs hier laufen noch. Ich bin bereits dort. Bagisch, der Experte hat das als Ammonitas-Nest bestätigt. Ja, aber da brauche ich nicht, wegen dem muss ich hier nicht zum Olympepark gehen, Mann. Ist der erste Tag von dieser helle Ruin-Special-Aktion. Die Jungs flippen mal aus. Der eine will Tragosso-Nest, der andere Bavare. Wieser Sam-Nest. Der andere Pummelhof-Nest. Der andere Bordeaux-Platz. Schauen wir mal. Ist irgendwo ein Vulpix in der Nähe. Der ist ein bisschen größer. Der zeigt nicht sofort, wenn er ein Zeichheit hat. Der zeigt nicht sofort, wenn er ein Zeichheit hat. Der zeigt nichts an, aber... Das ist Tragosso. Geh zu dem Tragosso, Mann. Nein, du geh zu dem Vulpix. Das ist Mord, Alter. Mein Gott. Schau, Digga. Das ist Endwert. Du bist eine einzelne Tragosso. Ich vertraut Tati. Man, direkt zwei Vulpix. Okay, bei mir nur eins. Richtig saftig. Ja, was habe ich euch gesagt? Ich mach direkt zwei Vulnodos, Mann. Ein Vulnodos, Mann. Ein Vulnodos, Mann. Zwei Vulpix, Mann. Zwei! Ich glaube, hier bin ich voll. Warte, Mann, zeig mir mal die Dinge. Ich hab so viele Traumate, aber das ist zu heftig, und jetzt geh ich sogar noch mehr mit 8 Bomben. Ja, aber nicht, dass wir jetzt alle blauen nehmen und dann, ey, ich will noch die paar Routen. Und du so, nein, dann nicht gehen. Doch, das macht er mit Sicherheit. Das macht er mit Sicherheit. Er macht doch so, wenn er macht, um ein Fertiger geht er auch. Er kriegt noch zwei Stellen von mir. Ich geb's ihm, wann ich möchte, wie ich möchte. Aber das traut er dich eh nicht, Mann. Ja, ich trau mich echt nicht, Alex. Wo geht's jetzt lang? Wir gehen zurück zur Tramp. Wir fahren mit der Tramp zum Outfall. Kommst du mit? Ja, dann muss ich doch auch hin. Ja, dann fahren wir mit der Tramp zusammen. Ja, ich fahr auch mit der Tramp. Ja, okay, Alter. Ich fahr auch mit der Tramp. Oh mein Gott. Ich geh auf die Arena, ja. Danke, Tati, für Internet und Karten. Ja, sehr gerne. Schau an uns. Vergiss nicht, meine 8 Spot-Idee. Es kommt. Es kommt, auf jeden Fall. Bleibt dran. Wenn was willst du? Auf dem Nachhauseweg noch ein Ammonitos. Ammonitos Nest, Mann. Zu heftig, Mann. Ammonitos Nest, Mann. Zu heftig. Auf jeden Fall ein Ammonitos Nest. Wir sind immer noch auf dem Rückweg. Es ist das dritte jetzt gespawnt. Mir kommt nichts. Kannst du einen machen jetzt, Ammonitos? Ich hab sogar 71 jetzt. Echt jetzt? Vorhin 20 oder so auf 71 gespawnt. Leute, dieses Halloween Special ist zu heftig, Mann. Ja, Mann. Acht Bonbons ist zu krass, Mann. Das war der erste Tag vom Halloween Special. War nicht schlecht. Produktplatz war jetzt nicht so toll, aber ich hab gehört, das hat sich wieder geändert. Also werden wir heute nochmal dort vorbeischauen. Ansonsten Hofgarten war echt gut. Überraschenderweise. Und haben wir auch überraschenderweise ein Ammonitos Nest entdeckt. Also das war eigentlich nirgendwo angegeben, dass es ein Ammonitos Nest ist. Was nicht schlecht ist, weil jetzt kann ich meinen Amoroso machen. Die anderen Jungs auch. Also nur Tati hatte es schon sein. Ansonsten war es das auch schon von uns wieder. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook Seite ab. Und schreibt auch in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen. Und natürlich auch, wie ihr das Halloween Special findet. Was ihr da so besonderes macht. Das ist mein erstes Amoroso. Das war es von uns wieder. Und vergesst nicht, Pokemon is serious business.